FUNTAINMENT FUNTAINMENT Heute mal Freitag schauen, wenn wir vorbei Schauen, wo es abgeht Bisschen mit Chong Chiu und er ist wieder zurück aus Rimini Mal schauen, was er so erfahren hat, erlebt hat FUNTAINMENT Was geht ab? Pokémon GO oder was? Weide doch nicht Kannst du mir später erzählen Das Pokémon ist entkommen, man Ernst, traurig Echt jetzt? Aber ich komm euch in die U-Bahn eingestellt Hast du nicht noch Kera-Kreise? Ja Ich hab noch zwei Ich hab noch zwei Ich hab noch zwei Ich hab noch zwei Ich hab noch drei Der ist jetzt einfach nur ein Sommer Und der ist jetzt einfach nur ein Sommer Der Junius Der ist jetzt einfach nur ein Sommer Herr Julius Was denn jetzt haben wir Es geht ab! Samstag, Locals! Heute ist Freitag, Mann! Freitag! Mein Gott! Freitag! Freitag, Locals! Freitag! Neue Liste. Mal schauen, was da alles gespielt wird. Aber ich sehe hier schon ganz viel Sueis und PA. Spielst du Turnier mit? So. Was spielst du? Zartella. Beste? Tore. Tore. Wie war Remini? War schon geil. Außer mein Auto. Freelass explodiert. Freelass explodiert. Ich hatte eine Rechnung mit Werkstatt. 1000 Euro. Minus. Aber Essen war geil. Ich habe so ein richtig geiles Lokal gefunden. Carlos. Carlos und Walter. Boah, beste Lokals. Wie war Turnier? Ich habe nur 3 Spiele gespielt. 1, 2 und dann bin ich gegangen. Tore. Ah ok. Scheiße, das ist zu viel. Es war eh viel zu kalt in der Halle. Zu kalt? Ja. Was war? Was ist die Freude? Es war minus 5 Grad drin. Raus zu 30. Innen in der Halle waren so minus 5 Grad. Geil. Da wird man ernst gleich krank. Welches Level bist du schon? 24. Oh mein Gott. Verrückt. Nee, das ist nicht so krass. Ich habe 4 Eier benutzt, Mann. Das ist richtig, Mann. Ich bin level noch level 11. Ja, wenn du jetzt so wie ich 4 Eier benutzt. Wären direkt das selbe Level wie ich. Ich kriege 5 Eier. Ja, auf dem Weg kriegst du dann wieder welche. Achso. Krieg man Eier. Level 15, Level 20, 25 und so weiter. Kein lustig, Mann. Das Spiel ist gut. Komm mal auf den Halle. Karten dabei. Ein Stück. Das war ein mächtiges Deck von der DM. Seitdem ich einmal angefasst. Das ist alles weiß, oder? Ja. Ja, das ist gut. Ah, hey, du hast Ratspläse gehabt. Du kannst schon überall gesucht, dass du einstest. Die Karte ist jetzt so. Die steigt wieder, man. Drei Mal spielt man die jetzt. Also ich würde sie so haben gespielt. Und? Trotzdem selten. Ach, du hast mal ein Upstart. Oh mein Gott, ich hab schon mal gesucht. Ich hab nicht so was mit der Zahnarzt. Mann, was ist das gar nicht mit dem? Dieser Brücken ist da hinten, gell? Das ist für den 6. Bei dem? Ja, der hat die Voller-Spieler gemacht. Ja, vielleicht. So, die. Überlegt, Gott. Pau Giante wird drei von denen wieder. Ja, der ist Kanzler. Ja, der ist Kanzler. Wir kommen einfach mal. Das ist der Seite von Ding, Mann. Das ist der Seite von Sonntag. Ja, der Seite von Ding. Ja, der Seite von Ding. Das ist dein. Ja. Das ist ja anders, oder? Es sind ein paar spezielle Karten, die ich für Chiang aus China extra bestellt habe. Mal schauen, was er damit vorhat. Lass ihn euch überraschen. Lass ihn euch überraschen. 18.09. Noch links, dein A-Fest. Oh! Ich bin auf die Hand. Du hast alles gefordert. Forcing everything! Ich hab gesagt, du sollst nicht first gehen, weil ich einfach die Advantage habe. Das Yu-Bi-Oh-Spiel ist echt tot, soll ich sagen. Ich verliere gegen Monat mit einem tollen Band. Okay. Dann nochmal Raffa! Drei wieder auf die Hand zurückgeben und nochmal in die nächste. Eins, zwei, zwei, zehn. Wir machen nicht mehr regelmäßig Videos. Was ist da passiert? Ich bin doch da jetzt. Mit dem ist doch gar nicht schlecht. Schauen wir mal. Der Afghane ist jetzt auch da. Hey Afghane, ich brauch dich. Was suchst du, Afghane? Hast du keine? Das ist Samstag, ich bin wieder auf dem Weg zum Fortailment. Ich bin mit den Jungs treffen. Ich war gestern dort mit Chong. Wir haben aber nichts gedreht. Chong wird technisch nicht so stark. Mal schauen. Er hat hauptsächlich so 20-40 Duelle gegen den Afghanen gemacht. Schauen wir mal, ob ich da warten kann. Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich würde mal liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebookseite ab. Und seit neuestem haben wir auf einem Hochgrundchannel. Schaut es auch mal vorbei. Falls ihr nicht genug von dort zu bekommen. Und ansonsten schaut zwei Chongz zu mir vorbei. Am 18.09. Echt cooles Turnier. Dank CCG. Alles in der Beschreibung. Bis dahin, leidet mich. Alles in der Beschreibung.